ja herzlich willkommen zurück in h1 z1 wir wurden von einem einzigen mit einer handgun ein ordentlich dezimiert gestorben ich bin gestorben zum auf dem Weg dorthin zurück Marcel hat zumindest ein bisschen was sie wollen und ist die Rutschwerke mit dem Sieg Schauer das Heimschaffen okay wir müssen werden werden und haben sie nicht mehr Lagerung genommen was der Rucksack hat er mit ja auch wenn wir wollen aber als war er kein Problem ich komme jetzt mal hoch ja ich bin auf der Straße schon aber ist der andere zum Kornobrille Reion der Kniegau ihr habt nicht jeden Tag und so eine von ihnen kaufen kann Ja, ich habe Urlaub jetzt. Drei Wochen. Wer ist weg? Ja, ich fahre weg, genau. Also ich bin jetzt 100 Meter vorm Sack. Ja, ich mache jetzt quasi Sommerpause. Ich bin nur ein paar Mal da. Ich schneide noch so ein paar Videos, um einfach ein bisschen was noch hochladen zu können. Und dann mache ich vielleicht ein kleines Vlog über den Urlaub, also vielmehr über so ein kleines Projekt, das heißt Hashtag Fett weg. Tatsächlich ist nichts mehr da. Ich habe auch noch ein Sexy hier, wenn du willst. Das habe ich nämlich eben nicht rausgetan. Ja, dann kann ich zumindest ein bisschen Scrap Metal für euch tragen. Ich mache sie hier am Boden. Bei mir am Boden. Ich bin da. Ich habe noch ein paar Schuss. Ich muss vorschlagen, du guckst einfach auf der Straße, links und rechts, ob da jemand kommt. Ja, ja mein Kleid. Ja, ja, ne. Ich hab deine Kurve schon durchgehauen, also seitdem Stefan hier ist, krieg ich kein Eis hin, ne? Ich brauch nur noch 15 bisher. Oh, ich hab hier vier Scrap Metal im Auto gefunden. Wenn eure Rucksäcke voll sind, ich kann auch noch was aufnehmen, ne? Jo. Das schaut so geil aus. Hier, da, ich hab schon eins gedroppt. Jo, super. Noch eins? Jo, hab ich. Da liegt noch eins. Ich weiß nicht, warum er's durchnimmt. Ah, das ist bestimmt schon aufgehoben, nur vor Backup gewesen. Da ist ja, da. Was? Keine mehr? Weil da kann man nur eine Korbe legen. Ich hab bis zwei. Und plötzlich ist Klobber gewesen. Und wenn sie... Ja, schau mal. Ich sag mal die Korbe noch durch und dann... er hat ich habe mich erschrocken weil du ja ein Leben ist das hat ein Verlager die Vorhaben aufgenommen werden und hast du dir auch bis sie wird und sie macht sich doch nicht in der Park ist ein Scrap-Modell ist der von mir auch habt ihr den Stats hinter euch eigentlich durchsucht? ok ich mach das leer dann witz ich warte Stefan, bis ich fertig bin sein normales Markt weil ich krieg nicht ein ich hab seitdem du da bist nicht ein einzigen bekommen hey, da ist noch ein Metal Sheet im Auto gewesen kann das schon respawn sein mhm du das da, Jekyll? ja, ja, bin ich, bin ich naja, zwei Scrap Metal Farmer ja hm ich hab sie, oder? ja ich hab ein Scrap Metal bekommen ich glaube nicht ach, noch eins brauche ich als Harms war immer gebrauchen, oder? ja, kannst du von mir das mitnehmen also die Sleeping Maps oder du collect aber sonst ich hab mal eins mitgenommen ich hab mal eins mitgenommen wir tun, ich brauchte die auch ja, ich bin mir noch mal jetzt na, ich bin mir vielleicht auch fertig, weiter ich hab mal eins mitgenommen ich hab da oder die 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 ja das waren so es ist muss los das war endlich mal doch schön 1 das ist doch jetzt richtig viel Metall da kann man doch was anfangen also ich habe jetzt in den Taschen 44 Scrap Metal, 5 Metal Sheet und 6 Broken Metal Lighting ich hab 40 Scrap Metal Broken Metal Lighting, 4 oder 5 Pipes und 2 Metal Sheet ich glaube 1 oder 2 Metal Sheet und 4 Scrap Metal was ich dazu hatte ich hatte keine Krober dabei, sonst hätte ich auch noch gefahren, aber bin ja gestorben ja die habe ich durchgehauen, keine Angst die habe ich dann durchgehauen habt ihr die Ground Tempers einfach alleine gelassen in Villas Development oder ist da was gebaut worden und das wurde dann geradet? mit Tim wurde quasi da war schon Shelter drauf, aber noch keine Wände komplett ist er rausgegangen, wurde direkt getötet und dann haben die da alles rausgeholt ja das ist natürlich schade die ist so prickelnd, ne? ne der ist so prickelnd, ne 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 da war ja ein Clan ja ein Hellboy der ist da rumgelaufen hat einen von denen getötet, haben die direkt den Hellboy das ist unsere Gegend äh die machen euch fertig da war unser Clan macht euch fertig glaub ich ein Hirsch glaub ich in die falsche Richtung oh Marcel läuft doch noch mit ja ich bin einfach der drauf ja ich dachte ich weiß doch eigentlich warum ich bin einfach nur gerammt ich check mal da hinten den Van noch, ob da vielleicht was gespawnt ist da kann eigentlich ein Reborn sein ich habe eben daraus zwei Scrap Metal und zwei Metal Tube bekommen super schauen wir mal warum bauen die da den Checkdorf um in Ruhe zu farmen Scrap Metal Wieso kann ich das nicht nehmen? Ach nein der scheiß Satchel ist voll ein Metal Sheet wär drin 100 muss ich 100 Platz machen schaff ich das? ne ne also ein Metal Sheet ist schon mal da ja ähh er braucht mitleidung direkt ins Furnace ne Obwohl die Pipes ja auch ein wenig gebrauchen. Ich schläg einfach alles erstmal hin. Voll der Ding ist oder ist da noch einer dran? Dann ist er voll, dann tue ich Rock Metal aus dem Dock direkt da dran. So, das haben wir doch ja. Hier hinten. Mach da hinten, ich lese. Na ok, Taps brauchen wir nicht mehr. Wollt ihr nochmal los? Schon generell gern mal los, mir soll ja. Seid das Leben? Ja, dann hole ich mir jetzt bloß noch einen Rucksack, dass ich was tragen kann. Sollen wir dann nochmal mit Dings, also nochmal Cross, na wie heißen sie, Crowbarstor hier an? Haben wir noch welche? Ja, ja, in der linken Kiste hinten sind ganz viele. Stefan, soll ich die Metalbarstor reinbringen? Kann schon machen. Ja, weil ich bin da eh schwarz wären im Essen. Einmal hier stehen, weißt du? Mhm. Ach komm, warum geht das jetzt wieder nicht? Ich muss immer die Tür zu machen, wenn du hier drin bist. Hey, ihr hattet vorhin die Tür auch offen. Ja, dann hab ich eben zugemacht. Ach so, das sind... Servus! Na ja, sind keine mehr da. Das ist der Tim. Das ist der Tim. Ja, die kommen jetzt zur Base, das ist nicht erst weg. Ach so, dann sind die da alle aber da, ne? Ah ja. Ja, lass mal zu denen den Channel. 85 Prozent, der da. Hast du? Äh. Ich hörb's jetzt, weil ich bin auch immer gestorben, als ich das hätte. Wir haben ein paar Scrap Metal gefarmt. Bisschen. Super. Ich hab keine Chancen. Wir haben jetzt 100 Scrap Metal. Ein paar Metal, die jetzt haben wir gefarmt. Echt? So, was du echtest. Super. Ja, wir haben noch ein paar Metal-Ships geholt, also. 17 Metal-Ships und ein paar Metal-Bars und 5 4-Pipes haben wir als Gerät. Gleifstück. Ja, wo ist das mit dem Tim? Wollt ihr hier gleich mal was bauen? So was wie Wende oder so? Wollt ihr hier hier gleich mal was bauen? Wenn dann weitere Deck-Fundations und die Wende außen umbauen zu lassen, ne? Ja, genau. Was war Tim? Wir hatten vor, die Action, was dir gefällt, vier Leute erschossen, also ohne Ausgerüstet, aber war aber auch lustig, ne? Ja. Und dann noch einen, der war auch gut ausgerüstet. Ja. Ein Lustigungsduell. Hier hat man schon fast freiwillig das Fleisch gegeben, weil ich schon fast noch verhungern war. Dann, mach mal das Video drauf. Dann, mach mal das Video drauf. Kann man das davon gemerkt. Bei 9371. Oh, Mann, hey. Könnte den Code nachher mal ändern, weil sonst muss ich den wieder zweimal rauschneiden aus Videos. Das ist mir total lästig, die Stelle zu finden. So, ich mach grad mehr Video. Ja, der zeichnet auf. Wird alles dokumentiert hier, was hier da für... Stefan! Wir haben doch eigentlich gesehen, ja? Kram zusammenstellt, oder was? Stefan! Sieht doch einfach aus, okay? Ja, ja, bloß die Stelle muss ich erstmal schauen. Stefan! Ich schmeiße die, schmeiß die, schmeiß die mal den. Habe ein. Was? Waren zu mal machen bieten. Ach so? Was? Waren zu mal machen, bitte? Rutsch. Tsch. Richtig doch, kann mir jemand eine Hose machen? Der Dirt MC gehört nicht in Gruppe, du? Tim, wenn du eine Fans besagt hast, dann kann ich schon mal eine Gruppe einnehmen. Dann muss nur jemand in die Gruppe einnehmen. Ich bin fertig, bin da weg. Tim, machst du mir so eine Digitale Camerhose? Ja klar, werf ab. Hab ich schon, hier direkt hinter der Säule, wo du stehst. So, Freud. Ich mache mir die Rassisten-Metal-Bafone. Ich trage mich jetzt ab. So, Hose hoch. Da, da, da. Hose hoch. Hallo Hose. Ich muss mir kurz die anderen Schuhe rollen, die passen zu... Dem Voli. Pft, Hose Hose suchen suchen suchen. Da, da. Hose hoch. Hose hoch. Hose hoch. Hose hoch. Hose hoch. um was ich raus hier wird er könnte ich das ist ein langes Nacken Oberkörper ja weil ich mein T-Shirt zu dem Bogen macht wohl das war ein Wettelbarer ein Jahr alter es soll ich ich euch ein Junge ein Lohrl wenn ich bock mal verständigt er hat ganz und nach dem ungeheuer erhält sich immer was alles erforscht Articke das war und in den Mutigen oder was als immer der Gewerbe war nicht bei mir, ich hab noch 100 Wenn ich wollte, ich hätte schon dreimal schießen Mach doch, mach doch Stefan ist mein Schutz Ja genau, du Pussy versteckte sich hinter Stefan, wie so ein kleines Mädchen Versteckte sich gerade hinter mir Ja ja, schon in der Box der dich auch noch, Junge Lass mich nicht schießen, Stefan, komm Ich hab keinen Pfeil, sonst würd ich Hey, alles verbaut hier Kein Platz mehr Bist schon am Basteln, Hellboy? Ja, ja, mei, gut Du, wieso ich denn jetzt? Ja, du hast mich getroffen Bist du betrunken, das war ich der Fall? Ja, ja Bist du betrunken, das war ich der Fall? Ja, ja Bist du betrunken, das war ich der Fall? Ja, ja Ja, würd ich jetzt auch sagen, Marcel Pussy, Alter Da Es gibt auch ein Wort zum Motiv Alter Stefan, hör auf, ich hab 37 So ein Faner, echt? Es gibt 8% nach ich kenne bei der Verhandlung dieser Sack wird mit sich ich habe auch immer an es kann man es ist ja ich kann das nicht und er hat mich bewegt wird man weiß aber ich kann ihn nicht in einem Ende der Jürgen Schick hier in Leidem jetzt stürzt nur scheißegal die Erste die Städte und er wird um er ist es nur noch LVP Wartezeit wird gemacht werden ich hab noch LVP haben sie sich erschossen? ja sicher also die, du hast doch damit angefangen, Jekyll was soll denn der Scheiß? fängt mit der Scheiße an und sagt dir die haben mich erschossen, weiße? soll ich den auch für dich erschießen, Jekyll? ach, ist mir egal das nächste Mal arbeite ich nur mit Headshots und dann ist mir das egal weil, komischerweise bin immer ich der, der hier killt, weil ich dann auch nur so blöd bin weil ich nur auf die Füße oder auf den Bauch ziehe oh super, auf die Füße äh, der zieht mir auf die Füße der trifft den Kopf noch nicht, da ist ein Unterschied du hast doch noch ne Quoba ich hab mir eine, die letzte rausgeholt und wollte die eigentlich mit euch grad durch ja, reiten ja und dann hast du angefangen, hier die Spieler rein, ne? warte, dann leg ich die Quoba jetzt da links rein noch das war einer, wo wir Weapon Repair Kids mit gebrauchen können der Säcke wieder, Junge hollert wieder, einfach auf die Leute genau meine Rache wird soo übel ausfallen ja, da brauchst du mal die Pfeile rausziehen ja, das kannst du auch ohne Bogen in der Hand jetzt glaubst du mal stehen was geht bei, ja hier dann gehen wir und sind mit mir viel Appel, wir haben keine Bandaten, mein Freund und jetzt sehe ich den nicht mehr Prüfen, wenn sie leuchtend sind halt den Nassau, der sich nicht Nessens was mit Wohlfetter ein während der Prozent das ist nicht mehr die Welt, ich verständlich und müsste die Pfeile und ich habe es ist ich habe schon, ich habe ja, ich habe mich nicht mehr hier nur noch ein Ziel so ist immer wieder auf Montag Nieder Prozent das draußen wird blobs oder gut eins mehr nur ein Lager mehr mehr Planks schon ein paar Luxus wenn die Mäste ist er dann herrscht ich bin nicht in Wohl Stefan, dass der Baum umgekippt ist, ist der Mond angegangen. Bitte? Ja, mit der Machete schlägst du ja nur acht Tage aus dem Teil um. Muss man mit dem Messer machen, oder? Das ist jetzt nicht. Also ich hab mal mit dem Messer jetzt Loks versucht, wenn ich ernst habe. So, wo muss man denn sein, ey? Ich hab diesen Platz hier gefunden, weißt du? Da bin ich nur mit dem Messer hier gestanden, als ob das alles gebaut wäre. Nur mit dem Messer. Habe ich schon mal jemand gesagt, dass du einer in der Waffe hast? Ja, ja, schon öfter, aber die sind alle tot. So... Du haben wir uns eigentlich mit dem Hellboy-Betrieb. Ah, ich weiß, warum, weil ich mir deine Weste so cool fand. Ich glaube, er ist nicht. Ich meine, wir hatten ja auch Vorrat davon, ne? Gott, Alter, ich hab eure Pullis zerschreddert und hab mir Bandagen draus gemacht, weil es mich genervt hat, 1000 Kisten zu bauen. Und jetzt ist Ruhe hier. Deine Sachen hab ich liegen lassen, weil ich schon zu viel davon hatte. Ich hatte zu viele Medikits von euch, da dachte ich mir, was will ich denn mit den Bandagen, Junge. Du warst ja ständig nur im Rennen, wenn du mich gesehen hast. Hör da auch. Hör da auch, Alter. Hör da auch, Alter. Hör da auch. Hast recht, wenn ich dich gesehen habe, bin ich eigentlich grundsätzlich immer zu deiner Base gerant, weil ich wusste, da gibt's dir auch was Neues. Du bist für dich umgefallen am Dach, oder? Hör da auch, Alter. Hör da auch, Alter. Hör da auch, Alter. Wen von euch hatten wir denn da in der Base eigentlich rausgesnipert? In welche Base? In der im Lone Pine Development. Walle, Walle und Michael. Ah, ja. Wies nicht? Ne. Du hast bestimmt die Mundi gepackt und bis offline dann gebissen, oder? Ne, ne, ne. Ich hab durch den Spalt geguckt, aber ich hab halt das Wort geguckt, weißt du? Ich hab aber dich auch nicht gesehen. Du hast dich ständig hinter Semmles versteckt, glaub ich. Ja, ja, natürlich. Wir haben es alle hinter Semmles versteckt. Ja, weil Semmles hab ich immer gesehen, weißt? Ja, weißt du, warum man den Semmles immer sieht? Ne. Ne. Weil sobald der Kampf losgekriegt ist, der von so Scheuklappen und dann... Bibi. Ah, so. Trost-Holks Florian. Bootlocks liegen hier. Oh, wir liegen hier. Eine in die Kiste damit. Nimm sie dir. Nehmen wir mal was. Na los, kannst du ein Messer machen. Okay, ich bringe sie rein. Ich hab keine Deck von der Schnee, die sitzt. Welche ist da auch nie eine? Äh, du bist... Du, sie sind ein paar Zombies, wa? Ach so. Doch, du musst dann erst fünf Minuten wieder umfallen, okay? Alter, wo bin ich denn hier? Ah, das ist im Moment Buggy hier irgendwie. So? Verloren. Fall um jetzt. Drei, zwei, eins. Boom. Ah, geht doch. Hey! Der Zombie hat so eine Gattin-Kurva dabei, die Ball ist komplett ganz. Hahaha. Die sind auch natürlich nur. Oh, komm. 3, 2, 1. Ja. Was ist denn du für ein Umweg-Zombie, Aida? Team? Ich hab eine Base gefunden. Ich hab eine Base gefunden. Ich hab eine Base gefunden. Ich hab auch mit dem Mystic-Piector. Noch jemand, wer sie ist, hier noch? Leine. Ich denke, es ist allein an Mystic-Küßdum, und so. Der Kollabil-Gleich muss man sehen. Ich bin auf 180 hier, Puls. Da muss man nur vom Mystic-Krieg-Am-Rien bei den ersten Panik. Oh, scheiße. Schüsse. Das fängt an. ich werde nach hause schon ganz ein bisschen bogengespannter wie bei warcraft früher die peons die die holz so holz hacken gehen und so immer hin und her laufen ja ich glaube das sollte erst mal reichen jetzt auch wieder voll ich kann der richtung timmys erd foundation nix mehr bauen ich weiß nicht ob es an der erd foundation liegt denn der gruppe ich weiß nicht ist er ja der team verkackt es halt einfach alles hat er schon wieder verkackten drei jahre scheiße die beiden sind immer das gleiche mit der kleine kack auf mir ich bin ich bin um eine kiste der mutter haben es nun gefunden jetzt ist es nur ein besonderes gescheitert ich weiß nicht mal wie es zu Hause geht aber auch nun abhauen und diese krasse 380er Also hier sind ultra viele Pipes am Misty Peak da am innen drin, ich habe bloß leider keinen Military Rucksack irgendwie auftreiben können. Gehst du unten rein? Ja, habe ich schon, ich habe schon alles durchsucht, wo die immer spawnen. Prober noch, da gibt neue dazugelegt. Holz hast du genug? Ja, ich greife das mal. Ich habe noch 29 dabei gerade. Wo denn Schlaupe, sagt er mich? Oh Gott, ich verreck jetzt da noch her. Für die Schraub. Wer in den Element der Kiste weg? Was nen Gluwerf? Und ist da? Nein. Das? Ganz kurz vor der Kiste weg. Doch warum? Stefan. Okay, nein. Schwere Gefechte müssen die Distanz. Ja. Es wird Ultrailer als Schatz. Da muss nicht so um siehe mal kaputt ist, wenn ich auf tenkt. Dann müssen sie halt proschen. Prozent Prozent wo sie auch ja genau scheiße dass sie sich schreckt ich ordentlich preis ein neues Leben bei den Sonnenbruch was ja aber Autos habe ich hier nur kein einziges gesehen, nicht einmal fahren ich habe gestern eins vor der Nase gehabt, einen Fischsporn ja? Bullenauto, ja, beim Damm unten und wo ist es? hat einen Vierer-Klan, also eine Vierer-Gruppe aber du hast doch ein Messer ich hatte ein Messer, ja, ich habe sogar Rally dabei, weißt du aber wir sind äh Rambo, Hellboy aber keine Batterie, ne ohne Batterie kriegst du den Scheiß Kübel nicht weg und in 20 Minuten waren dann viele Leute da, die haben das dann mitgenommen die waren nette Türken waren das ja? so heißt es einfach viel Yara, Yara, Kiyos, Sigtelanda, piste ich von meinem Auto hab ich gesagt also, das Ding ist weggespawn was? das Ding ist weggespawn, oder bin ich blind? das ist das Ding Wolf, bist du blind? ich wollte gerade sagen, meistens ist es dann dein Fehler ja, das was ich hier den Ground Timber nicht gesetzt habe und so einer ja, dann ist der Film, der war eh schon gesetzt ja, eben hast du noch einen neuen gesetzt, oder was Tim? hast du noch einen neuen gesetzt, oder wie? nö nein, so dumm ist doch keiner naja ne, komm, hör auf sagst du mal Selna was möchtest du von mir Tim? ja, da hat der gar nicht so unrecht weil? wegen der ersten Ground Timber im Lone Pine oh ja ich weiß gar nicht mehr, warum der Tim dafür was zu sagen hat, ey wieso sagt er mir eigentlich, ich bemühe und wurde mir nicht angezeigt will er mich verarschen? das hatten wir eben auch das Problem kann er mich nirgendwo mehr entsetzen ich bin mit Resex gut drum gelohnt das kommt gleich, dann kannst du unbedingt gleich schlafen oh dieses Wasser auffüllen hier, ne, ich krieg zu ja hat er noch Feuerzeug, oder so? muss ich in der Kiste sein Tim, kannst du mir das mal runterbringen? Kiste? ich bin nicht, ich bin außerhalb ach so, du Marcel was denn? Feuerzeug von da unten da bring ich dir jetzt, warte ich kann grade schlafen ich glaub kurz und dann komm ich hast du die ganzen Wehrflaschen aufgefüllt schon? hab ich grad dabei ach so, ja, aber sonst, wirst du nicht das hab ich schon ein Dirtywater in welcher Kiste ist das Weiße, dass du verdächtest? nö doch, ich kann nirgends und ich hab ja einfach Satz ich hab ja einen Hormsorgang Feuerzeug sind das auch schon habt ihr eigentlich auch hier so, 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 Frame-Blitze? dann nehme ich, ja dann nehme ich diesen Vosel von ähm Planze shit, ich hab mich verlaufen das gibt's ja gar nicht scheiß Nebel boah, ein Burschen wie Fleisch ist ja oft wir hatten hier die die Kiste hat repariert wir sind Jungs und Honk von euch dagegen geschlagen dann bist du unten, Stefan? wahrscheinlich, Tim wenn keiner sich schmelde, du bist, Tim was denn? das, was das ist, du hast so, ich hab' immer aber eben Juan, ja oder ein nein, ich hab' immer das stieg' noch, ich hab' immer schwere, ich ist auch wenn man, ich hab', ja habe was da ist, ich habe immer noch jetzt, ich hab' immer noch da bin ich Holzen ich hab' immer noch Das ist doch voll sinnlos, wenn du jetzt schon anfängst, irgendwas da zu bauen. Hey, das kippt's doch nicht. Wir fahren alle für eine und du musst die Roller machen. Das ist doch so. Stefan, bist du da, wo das Auto ist oder wo bist du? Ne, hier bei dem Grill. Andere Richtung. Okay. Geil. Einmal im Kreis laufen. Ja, wo das Auto läuft. Ja, hier, wo das Auto läuft. Das ist doch. Voll das Auto rief. Ja, ja. Ich hab nur die Pfeiler, die vorbeifleidern. Gras. Krass, krass, also der Nebel ist echt übel her. Ich bin jetzt mit diesen Runden im Kreis laufen. Wer schießt das an? Da schießt wer, da schießt wer. Ich, aber Timmy, schießt wer. weiter und ich will auch drauf drückt und dann öffnet sie schließt sich mein ganzes Spiel nicht schießt ein Kanzler und so auf die Jungs meinung mit dir mit der Stadt die Gäste erholen und der Mannsauber und die Begründung auf fleisch und es ist zu mir das ist die deutsche Wende herkünftig wird mehr Prozent der Kondition 2 und zum nächsten Stück von der Schienen dann außenrum zuerst die Mauer ziehen an Neuer er hat nur die Einwanderung oder abfunden ist aber dass man da Brüder oder Mannmann weil ich habe dann drinnen und jetzt ein Blut nicht mehr und haben sich dabei im Internet so vollkommen ist er war natürlich um was soll ich also was ist das hier der Metzlöfer ist ein bisschen zeitverzögert ich glaube ich weiß nicht ist auf jedem Medium zu versuchten dort muss er sich hier das Zittern in den Baumkronen das auch mehr das komplette und jetzt voll und tanzen mit der Mauer der Flur es hat eben auch so extrem lange wieder und warten und ich komme jetzt über den Pfad ab und er wird Ok. Brauchen wir Holz? Ach scheiße, ich kann ja nix tragen, ich habe keinen Rucksack. Nur nimm dir doch einen raus. Oh, Tim, nimm dir doch einen raus, super Idee, oder? Wenn ich grad gespawnt bin und aus dem Lebenslauf werde. Ey, wer weiß, wo du immer bist. Wenn wir zwei von Rucksack gequält haben. Aber warum nimmst du denn keinen raus? Nimm dir doch keinen raus jetzt. Der hört nie zu, das ist echt so. Hammer. Ja, wer weiß, ob der schon wieder hier ist. Ey, Deckel! Und dann ruckst du halt raus. Gieß dem Tim einfach ein Kopf, wenn der Kopf. Deckel, denk dran. Deckel, die großgeschrieben, ne? Oder wer ist das? Ja, das ist der Deckel. Deckel, ey, die großgeschrieben, ne? Das war das beste. Wenn wir den Floh schönen Baumpein abgelaufen haben. Ähhh. Ja, ich mein... Ich mein... Ich mein... Oh fuck, wie verloren haben wir. Ey, ich neulich bin weg. Wieso? Ich muss... Therapie oder was? Ja. Das Nummer 1, der hat jetzt nur Schiss von mir. Der hat jetzt nur Schiss von mir. Deswegen kommt das nicht aus. Ich... Ich muss Grille. Grille? Grille. Alleine oder mit Frauen? Witz ist... Mit Weibern. Echt? Mit Bückstücken. Ja, auch geht's. Wo... Wo muss ich denn? Ey, da schießt wer. Ja, ihr hattet immer geschossen? Nein, das war ich mit der Granate. Ja, warte. Du kriegst jetzt irgendwie deinen Kopf. Ja. Mach mal. Perfekt. Alter, genau. Das kochendes Wasser ja 38 Stunden. Guck dir doch mal. Alter, ich hab mir schon gedacht, was geht denn jetzt? Auf einmal stehe ich unter den Deck von der Öschen. Mhm. Ja, auf bayerisch klingt das so geil. Was geht denn jetzt offen? Was machst du? Aus Landshut. Ah, ihr kommt alle aus Landshut oder was? Ja, ja, er hat zugezogen. Äh, ja. Na, er hat zugezogen. Na, er hat zugezogen. Ja, er hat zugezogen. Ich finde, bei dir ist aber bei nichts nicht. Bei mir? Nein. Ja, bei dir und beim Hellboy. Ja, ich... Ja. Der Hellboy hört sich anders an, lass uns das probieren. Ne, doch. Beim Hellboy hört man's schon an. Nein, ich kann schon bayerisch rinnen, ne, aber dann, dann tat's ein Köln ein wenig schwer, ne, wenn ihr was sagen. Was für ein Scheiß? Was für eine Scheiß? Halt die Fresse, ja. Halt die Fresse. Ja, weißt du was ich mein? Das ist halt dann... Ich hab nicht mehr verstanden. Ich spiel halt schon am längsten, deswegen hab ich mir das schon so angewohnt, ne. Ja, du musst das immer wieder übersetzen, ne Florian, das hilft dir nichts. Aber guck, wie schön, dass hier, äh, das hab ich gut gemacht hier. Da muss ich mich selber mal, krieg ich ne Latte hier. Guck. Super, ist das noch? Super, du scheiße. Ich will, ich will, dass man kranko einen lutscht hier. Super, niemals. Lass mich in Ruhe aussehen. Hellboy, das wirst du niemals von mir hören. Auf meinem Mund. Mit Handzellen, ja, gekniet vor mir. Schön, Hellboy. Hellboy. Hellboy, du wirst niemals von mir hören, dass das das gut gemacht hat. Shit get broken. Check, willst du abdrücken? Some the Eier, verstehst? Hellboy, du könntest einen 20-Mann-Klan alleine ausgradieren, denn die alles gern, würde ich niemals zu dir sagen, hast du gut gemacht. Ja, du würdest sagen, ja geht schon. Ho0. Hey. Hä, Wolltest bloß die mich dann mal zu seinem Punkt runterlaufen, dann mit der sagen kann ja, hier, kranko. Übersphers crush. Ja, ist sicher, tschaczego! Scham, nein, du bist mit weg. Ja. Oder auch zwei? Ja, oder auch drei. Oder vier? Ja, Haut, ja, hey, dann mach mal wieder meine kleinen Break und... und vor allem das Wasser dauert 38 Tage hier ist 20 Wasser, braucht es 20 Minuten, was soll ich nicht heiße Marcel kocht sich mal wieder einen Tee auf ja klar, Tee Chai-Tee, damit er mal ein bisschen coole wird runterkommt klingt halt keine Latte wie du wo machst du denn Tee? Komm ich helfe dir oh no Absturz Absturz? Absturz naja, dann gucken wir mal wie es beim nächsten mal ausschaut hier bei Heinz naja, jetzt halt die wahre Mathe, genau